Der Mensch, die Krone der Schöpfung, wir haben uns die Erde zum Untertanen gemacht. Kühe, zum Beispiel Essen in der Natur, keine Kühe. Wir Menschen schaffen es, dass sie es trotzdem tun. Und so würde auch in der Natur niemals ein Gaskocher eine Gaskartusche anzünden. Wir Menschen sind in der Lage, es trotzdem zu probieren. Wir haben die Gaskartusche anzünden. Dialektik, das wissen Sie, das ist eine philosophische Methode, welche die Position, von der sie ausgeht, durch gegensätzliche Behauptungen in Frage stellt und in der Synthese beider Positionen eine Erkenntnis höherer Art zu gewinnen sucht. In unserem Fall ist die Position, diese Gaskartusche sorgt dafür, vorgesehenen Endgeräten Energie zuzuführen. Dialektik ist die Behauptung, das in Frage zu stellen und herauszufinden, ob die Gaskartusche durch die Aufnahme von Energie in unserem Beispiel Wärme auch eine Funktion hat. Zum Beispiel die Funktion Bums. Der Erkenntnisgewinn wäre dann die Antwort auf die Frage, wie lange dauert es, bis eine Camping-Gaskartusche, die über einer Flamme steht, explodiert. Explodieren, das ist das Stichwort. Wie galt! Raus? 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 Du wolltest aber noch mehr sagen, oder? Jetzt nicht mehr. Kann man da rein wieder? Vorsicht! Oh! Das ist die Kraft der Philosophie! Was ist die Philosophie für die Kraft? Ich sehe nichts! Nicht nachmachen! Nicht nachmachen! Hallo! Guten Tag! Das Benzler ist kaputt. Ich muss mal Glaser anrufen. Entschuldigung, da brennt es noch. Da ist noch... Wenn Sie kurz... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020